Eine beispiellose Mordserie erschüttert die Öffentlichkeit. Angestachelt werden diese grauenvollen Verbrechen eindeutig und glasklar von einer Reihe blutiger Schmuddelfilmchen, die die Leinwand besudeln. Wir dürfen nicht länger zusehen, wie eine Gruppe selbsternannter Künstler das Prinzip der Freiheit der Kunst schamlos für ihre entarteten Gewaltfantasien missbraucht. Da müssen wir endlich einen Riegel vorschieben. Unter Ordolf hätt's das nicht gegeben, das sag ich euch. Sie haben doch Hackbraten im Kopf halb und halb gemischt. Na mal Adler, die Kamera-Dumm-Pimmel, das linke Komponistenpapet in das Freitag aus. Eure Lügenfälle sind vorbei, jetzt mischen wir euch auf. Ich fang drauf, ich fang drauf. Ole, ich fahre im Hof nach Barcelona. Ole, ole. Eure Lügenfälle sind vorbei. Eure Lügenfälle sind vorbei.